Servusle, willkommen zurück. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe heute vor... Warte mal, Entschuldigung. Ich habe manchmal die zwei Stöpsel drin, wenn ich so ein bisschen vorher was geguckt habe. Und da hört man ja fast nichts. Dann schreit man automatisch so laut. Lass uns mal gucken, ob das alles hier so super funktioniert. Mit unserem Boden. Weißt du, bevor die los springt, haben wir sie mehr oder weniger schon kaputt. Habe ich euch das schon gezeigt? Oder habe ich es euch nicht gezeigt? Jetzt muss ich gucken. Ich habe im Keller ein bisschen rumgebastelt. Da müssen wir auf jeden Fall so ein Teil setzen, dass die Maden nicht wieder immer herkommen. Jetzt habe ich, wenn ich es mal eine gefunden habe. Ey, da ist eine Rolle, die will ich natürlich. Was können wir denn jetzt wegschmeißen? Ey, was können wir denn jetzt wegschmeißen? Ich will die alte Kappe. Die schmeiße ich jetzt einfach mal. Frost. Den Gartenpilz. Ich schmeiße jetzt auch erstmal weg. So. Das da haben wir gefunden. Rezept für Bergarbeiterstiefel. Aha. Wir haben ein Rezept gefunden. Wie mir das gefällt. Wie mir das gefällt. Kann man das gleich lernen. Juhu. Neues Rezept. Cool. Genau. Ich habe hier mal ein bisschen großflächig frei gemacht. Hier werden wir mal schauen, wie wir es mit der Decke machen und so. Kann sein, dass wir hier unten einen kleinen Lagerplatz uns einrichten. Mit verschiedenen Kisten oder so. Muss man mal schauen. Was ich jetzt heute machen will. Ich möchte natürlich ein bisschen weiterbauen. Ein bisschen Material holen. Aber ich möchte das Set herstellen für den Krieger. Ich möchte unsere Kriegerin anziehen. Wisst ihr, was ich nämlich gerade eben geprüft habe? Die Kiste, die gilt für beide. Ich habe jetzt drüben dieses Teil vom Krieger. Das haben wir ja mal gefunden. Trophäe eines Panzers. Als Möbelstück. In die Kiste gelegt. Also auf die Kiste haben beide Zugriff. Das heißt, alles, was ich hier reinlege in die Kiste, kann sie auch abgreifen. Jetzt möchte ich das Ding natürlich setzen. Diese Trophäe. Wo setzt man die? Hier ist halt aber auch wahrlich nicht viel Platz. Hier, guck. Unsere erste Trophäe. Alles klar. Okay. Pass auf. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen. Wir gehen erstmal hier rein. Erstmal braucht es eine starke Waffe. Lebensregeneration fand ich eigentlich recht gut. 58 plus 7. Aber. Die hatte. Die hier macht mehr Damage. Die macht mehr Damage. Aber wir haben es ja schon gesehen, dass der Nahkämpfer ein bisschen schwieriger ist. Ich würde die hier bauen. Das heißt, wir brauchen eine Schuppe. Pass mal auf. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch eine zweite Kiste. Machen wir erstmal eine zweite Kiste. Genau. Also wie gesagt, ich bereite jetzt hier auch nicht viel vor. Wir gehen einfach zusammen durch. Ich sage euch vorher so ein bisschen, was ich vorhabe. Dann könnt ihr abschätzen, ob das was für euch wird oder nicht. Die Kiste brauchen wir, haben wir gesagt. Sie war dann hier wahrscheinlich drin. Und Truhe 2. Eisenbahn haben wir noch nicht. Dann bauen wir halt noch eine kleine Truhe. Wo war die drin? Hier sind die Möbel, glaube ich. Klassischer Tisch. Hier ist die Truhe. Die bauen wir uns jetzt mal. Das wird jetzt die Tauschtruhe, würde ich sagen. Da machen wir jetzt die Tauschtruhe draus. Jetzt kann ich die oben drüber lagern. Davor könnte ich sie lagern. Aber da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf eigentlich. Oben kann ich sie nicht setzen, wenn ich sie davor setze. Aber das geht. Ich kriege die hintere schon noch auf. Jo. Wir kriegen die hintere auf und wir kriegen die vordere auf. Ist ja jetzt erstmal, bis wir getauscht haben. Jetzt brauche ich aber eine Schuppe. Wir brauchen Schuppen. Und wir hatten doch Schuppen. Oder habe ich die jetzt alle verholzt? Ich glaube, die habe ich alle verholzt. Scheiße. Wo kriegt man jetzt die Schuppen her? Von den Schildkröten. Von den Schildkröten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt so gar keine Ahnung jetzt, wo wir die Schuppen her haben. Ich glaube, das war immer so eine Sonderbelohnung. Wow, guck mal. Da sieht man das schön mit dem... Mit dem, wie er sich auflädt bei dem Grid. Ich sehe hier keine Schuppen. Und was ich halt auch nicht sehe... Vielleicht muss man da einfach mehr töten. Was ich auch nicht sehe, ist, wie viel Platz ich im Inventar habe. Ich möchte nicht schon wieder losziehen gleich. Und Dings brauchen wir unbedingt. Schleifsteine. Die machen wir uns jetzt mal als erstes. Lass mich mal ganz kurz gucken. Nein, nicht draufschießen. Alter, Baby. Pass mal, hier ist doch eine Schuppe. Habe ich wahrscheinlich schon auf der falschen Kiste gewesen oder so. Jetzt pass auf. Gehen wir zurück zu den Waffen. Entweder machen wir ihr die oder die. Die macht mehr Damage, aber die regeneriert Leben. Wir bauen ihr die. So, Nummer 1. Für die Kriegerin, die wollen wir haben. Müssen wir ja gucken. Vielleicht ist die mit starken Waffen ja total cool. Tauschkiste. Haben wir eins drin. Ist gut. Jetzt haben wir noch mehr Teile. Pass mal auf. Ähm. Jo. Wikingerhelm. Der Wikingerhelm, der sieht nach Krieger-Tankding aus. Was braucht man da? Zwei Baumwolle. Einen Kupferbarren. Die müsste man eigentlich hinkriegen. Wenn nicht, muss ich kurz Zeug holen. Baumwolle und Kupferbarren. Kupferbarren. Brauchen wir Kupfererz. Alles klar. Haben wir jetzt natürlich erstmal nicht. Wo war denn die Wolle? Wo war denn die? Die muss doch auch hier drin sein normalerweise. Leine. Baumwollstoff. Da brauchen wir die Werkbank. Alles klar. Muss ich mir langsam mal merken. Werkbank. Baumwollstoff. Einen auf jeden Fall. Zwei. Jetzt haben wir mal zwei. Da brauche ich noch Kupfer. Gehen wir los. Und Schleifstein wollte ich ja machen. Schleifstein wollte ich machen. Ich nehme mal an, das kann ich hier drin machen. Wo kriegen wir den Schleifstein jetzt her, Baby? Kupferbarren. Das sind nur die Barren-Geschichten, glaube ich, hier. Hier vielleicht. Schleifstein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, holen wir ab. Alles klar. Belegen wir uns natürlich auch entsprechend gleich. So. Wäre jetzt hier irgendwas für die Tauschkiste? Nicht wirklich, ne? Ne, da ist der Schleifstein drin. Die können wir mal wieder weg machen. Den tun wir jetzt hier vor. Das machen wir hier hin. Da ist ein Haufen Zeugs, ne? Pass mal auf. Vielleicht sollten wir... Hier ist noch ein Platz frei. Hier ist noch ein Platz frei. Da tun wir die Schuppen wieder hin. In die Kiste packen. Was will die Werkbank? Ah ja. So, pass auf. Da haben wir jetzt aufgeräumt. Jetzt hauen wir hier halt noch irgendwas rein, was uns jetzt im Moment gerade nur im Weg liegt. Aber was liegt uns im Weg? Hier den alten Umami. Den können wir zum Beispiel mal in die Kiste packen, ja? Der stört mich jetzt gerade im Moment sowieso. Feuergeist. In die Kiste packen. Was? Ich habe doch was anderes gedrückt. Ne, in die Kiste packen. In die Kiste packen. In die Kiste packen. Dass wir mal ein bisschen Platz haben. Jetzt müssen wir nämlich Kupfer holen gehen, geschwind. Jetzt wird es dunkel. Hilft uns natürlich super. Ich glaube, das bessere Kupfergebiet war hier. Außerdem ist da auch gerade wieder ein Event. Gehen wir hin. Die Quellen habe ich, glaube ich, schon gefunden. Zweimal. Oh, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Naja, ist ja egal. So, mach ich es jetzt. Hol ich es halt nach, ne? Die Aufnahme. Die Zeit habe ich nicht mit. Truhenjagd, Wasserquell. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen rumgucken. Nehmen wir den Bogen. Wir sind ja eigentlich recht stark. Die Feuerteile leider auch. Hier oben fährt ein Haufen Kupfer rum. Da gehen wir gleich mal hoch. Da gehen wir gleich mal hoch. Mit ihrem Helmle. Mit ihrem Helmle. So. Fangen wir an. Kupfer brauchen wir. Dann richten wir die Kriegerin her. Das wäre schon geil, wenn ich das die Folge schaffe, weil ich es ja erstmal angucken will mit dem Set dann. Also mit den Teilen. Haben wir es eingesammelt? Ja. Hier ist noch mehr. Und dann gucken wir auch mal gleich, ob wir die Wasserquelle hier noch finden. Das wäre natürlich auch super. Ey, Erde habe ich mittlerweile so viel eingesammelt schon. Ich kann euch gar nicht sagen. Da ist auch noch eins. Ja, das findet man eigentlich recht schnell, gell? Jetzt habe ich natürlich mir super gemerkt, wie viel ich brauche. Guck mal hier. Da habe ich mal was aufgebaut. Mit diesem Stein baue man ja momentan. Mit dem auch. Das hole ich mir jetzt alles hier mal wieder weg. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Stein, Stein. Das Beet will ich noch anlegen. Wir haben ja echt einiges zu tun hier. Das sind Ziegel. Nehmen wir trotzdem mit. Die müssen hier nicht sein. So. Hol das her. So, da unten liegt auch noch eine Menge Kupfer. Na, das steht ja nicht. Egal. Das macht halt schon Spaß, wenn man die dann platt kriegt, recht schnell. Zumal ich es mit dem Ausweichen nicht mehr so drauf habe. Okay. Wie man gleich sehen wird. Ah, doch. Okay. Der Move war da. Der Move war da. Der war bloß falsch. Was ist mit ihr? Jetzt haben wir sie. Blaues Potscher. Siehst du, die Portale können wir dann auch mal irgendwann noch. So. Den will ich jetzt auch noch absäbeln hier. Wenn es hell wäre, wäre es super, weil dann würde ich den Schatz besser finden. Da ist noch so ein Goblin-Typ. Sieht jemand die Wasserquelle spontan? Ich glaube, dass da hinten könnte sie sein. Das aber nicht zwingend muss. Oder ist sie da vorne? Ne, das ist der Absprungstein. Alles klar, machen wir uns hier mal ein bisschen den Weg noch frei. Oh, ne Marde. Ist also tatsächlich so, ne Roy? Dass die tatsächlich dann erscheinen, wenn man... Oh. Bin jetzt gerade über irgendwas erschrocken. Fackeln. Geld. EP. Also wir steigen sogar bald wieder. Ich sehe gerade die Quelle nicht. Doch, ich höre sie doch. Da ist sie doch, oder? Hier ist auf jeden Fall eine Quelle. Ist jetzt nur die Frage, ob das die Quelle ist, auf der die Truhe ist. Finde die neue Quelle und hole dir den Schatz. Das könnte aber auch die Quelle vom letzten Mal sein. Vielleicht gibt es da einfach verschiedene. Aber hier ist kein Schatz, ne. Hier ist erstmal für mich kein Schatz. Krieg ich den von mir. Das ist halt... Das kannst du mit dem Krieger wahrscheinlich halt nicht machen. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, finde ich. Okay. Also Kupfererz dürfte man jetzt mittlerweile genug haben. Glaube ich. Oder ist da ja hier. Ne, es ist zwar Wasser. Es ist gerade so dunkel und mich blendet mein eigenes Licht. Was nicht so vorteilhaft ist. Wir gehen mal hier auf die Erhöhung. Gucken mal von hier ein bisschen rum. Ich sehe spontan keine weitere Wasserquelle. Gehen wir mal dahinter. Da ist auch noch so ein Typ. Dann steigen wir noch kurz auf. Das fände ich auch nicht schlecht. Das ist halt schon cool, ne. Wenn man die so leicht platt kriegt. Das macht schon Spaß. Ne, dann ist es nicht so stressig. Kann jetzt auch sein, dass ich über die Kiste hier rüber... Dass ich über die Kiste drüber laufe, wenn ich die nicht sehe. Wenn das mit dem 10... Mit dem 10... Jetzt sind wir gestiegen. Mit dem 10 Leben und so. Bei Gritz, das ist schon auch geil, ne. Alles klar. Lass mal kurz ins Gepäck gucken. Wie viel Kupfererz haben wir denn eingesackt? Ah, da unten ist es. 19. 19 ist super. Lass uns Punkte vergeben. Wir machen wieder Geschicklichkeit und Konstitution. So, komm wir gehen zurück. Dann können wir noch was bauen. Wir sind im dritten Bereich. So. Genau. Dann basteln wir eher noch... Müssen wir gucken. Haben wir die Zeit? Ah ja, haben wir die. Schauen wir mal, dass wir noch zwei Teile mit dem Krieger basteln. Probieren den mal noch ein bisschen aus. Würden wir ihn schon haben, ne. Die bewohnen ja dieselbe Welt. Also wir haben die gleiche Hüte. Mit dem Krieger. Wie mit dem... Ranger. Mit dem Jäger halt. Aber... So. Schabadu. Müssen wir aber jetzt erst Erzdinger herstellen. Das war doch in dem Ofen hier, ne. Kupferwaren. Das müsste... Theoretisch hier unten dann irgendwo sein. Ne, 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 ne. Das sind die... Dann war es hier drin. Kupferwaren. Genau. Oh scheiße, ich habe keine Kohle mehr. Wo haben wir jetzt wieder Kohle hergehabt? Wo haben wir denn Kohle hergehabt? War das zufällig hier irgendwo? Jetzt gucken wir mal. Einen Teil können wir herstellen. Also die Waffe haben wir ja schon hergestellt. Jetzt wäre die Frage. Den Wikingerhelm. Mit 60 Leben 50. Wikinger Panzerhandschuhe. 30 Leben 50. Was ist das hier? Regeneriert 14 Haltbarkeit, nachdem ein Feind besiegt wurde. Auch schön. Auch schön. Beinschienen. Kritischer Trefferschaden. Saugut. Ja, da brauchen wir aber einen Haufen Zeugs, ne. Für das Wikingerzeug. Wir brauchen zwei, vier, fünf, sechs Barren. Und eins, zwei, drei, vier Schuppen. Sechs Barren, vier Schuppen. Sechs Barren, vier Schuppen. Falscher Ding. Sechs Barren, vier Schuppen. Wo haben wir die Schuppen? Habe ich die verbraucht? Da sind sie. Wo habe ich die Kohle her gehabt? Das weiß ich doch nicht mehr. Ich würde schon gerne einen Teil noch mitnehmen. Wenn es jetzt hell wäre, würde ich die Kohle wahrscheinlich sogar sehen hier. Der mit seinem Scheiß Ding. Wo haben wir die Kohle her gehabt? Die weiß ist nicht mehr. Hier sehe ich jedenfalls nichts. Ich meine aber, dass es hier Kohle gibt. Wisst ihr was? Dann farmen wir ihr das Zeug halt zusammen. Und dann steigen wir beim nächsten Mal einfach mal spaßhalber mit der Kriegerin ein. Und gucken sie uns an. Machen wir so. Dann farmen wir jetzt noch ein bisschen. Was ich eh noch machen wollte. Wir haben ja nicht so eine Tür. Wir haben doch so eine Tür, ne. Wir konnten uns doch so eine Tür herstellen, glaube ich. War die hier drin? Bett. War es bestimmt hier, ne. Ne, klassischer Tisch. Bett, Stuhl, Hocker, Tür. Aber da brauchen wir auch Kupferbarren. Da brauchen wir auch Kupferbarren. Dann wird es doch Zeit, dass ich Kohle finde, ne. Oh, wo ist das spontan wohl? Vom Balkon aus. Vom Balkon aus. Ohne runter zu gehen. Das finde ich geil. Jetzt ist der Rucksack wieder voll. Okay, das sammeln wir natürlich ein. Ich glaube, es wird jetzt auch nicht hell rechtzeitig, ne. Hier liegt noch ein kleines Baumwolle rum. Schade, schade. Da war wieder eine Made. Ich habe sie gehört. In unserem Keller. Ist das ein Stück Kohle? Ist das vielleicht ein Stück Kohle? Was kann man jetzt wieder rausschmeißen? Hier, das da. Das kann man doch erstmal weg. Gartenpilz, ne. Gartenpilz, den kann man aber essen, ne. Ich weiß noch nicht genau, was wir in dem Keller machen. Vielleicht stellen wir da auch nur Möbel hin. Oder wir richten uns im Keller komplett die Werkbank und alles her. Also die ganzen Sachen im Keller. Und wir machen oben einfach ein normales, zweistöckiges Häusle für diese Errungenschaftsgeschichten, ne. Alles klar. Jetzt wird es, glaube ich, hell. Dann schaffen wir doch das. Komm, wir nehmen gleich mal die Spitzhacke in die Hand. Das war gleich beim ersten Sonnenstrahl. Das sieht nach Kohle aus. Kohle. Im Garten direkt vorm Loch. Meine Augen halt, ne. Aber jetzt haben wir Kohle. Jetzt können wir doch zumindestens, lass uns die Tür bauen. Machen wir das mit dem Krieger. Aber beim nächsten Mal, da fahre ich mich vielleicht vor. Da fahre ich mich vielleicht vor. Sind sie mir jetzt auch noch ausloggen und einloggen? Das kostet ja auch wieder ein bisschen Zeit. Wir brauchen einen Barren. Wir brauchen auf jeden Fall diesen einen Barren für die Tür. Machen wir uns mal die Tür. Gucken wir mal die Tür an. Halt, abholen muss das. Das vergesse ich noch manchmal. Aber ich denke schon immer öfter dran. Hier, ne. Das war am Zeichentisch. Dann war das hier irgendwo drin. Die Türe. Bauen. Unsere erste Tür. Ihr seht schon, ich bin momentan halt noch am überlegen. Mit dem Bauen. Ich möchte auch mal die nächste Welt dann erforschen. Sollte man alles so nach und nach mal machen. Das Ding will ich da vorne schön setzen. Also es gibt hier einiges zu tun. Kann man nicht leugnen. Wo ist die Tür, die schöne? Hier. Machen wir mal Kupfererz kurz, dass wir es sehen. Fünf. Jetzt gehen wir allerdings von außen her. Ich weiß jetzt nicht. Mit Kuh. Ne, ich würde sie gerne anders haben. So hätte ich sie gern. Das ist natürlich blöd. Es sei denn, ich baue die Treppe. Das werde ich auch machen. Ich ziehe die Treppe im Prinzip so vor, dass wir hier praktisch oben stünden schon. Also vielleicht komme ich hier so schräg und dann eins hoch. Sodass man hier dann auch rein kann. Dann machen wir das Ding zu. Finde ich gut. Finde ich gut. Und von den Steinen habe ich jetzt leider nicht genug. Sonst hätte ich es zugemacht. Gut, steht halt die Tür erst mal so rum. Das heißt, ich gehe jetzt noch Steine farben. Da gehen wir jetzt noch zusammen hin. Vielleicht sehen wir auch was bei Helligkeit. Haben wir noch Zeit? Ja, jetzt gehen wir noch zusammen Steine fahren. Schauen wir, dass wir die Truge noch bekommen. Und dann, wenn die Folge zu Ende ist, farme ich die schönen Steine zu Ende. So, dass wir das nächste Mal vorne zumachen können. Und mal sehen. Dann besorge ich vielleicht noch Holz. Muss man mal schauen, wie ich die Treppe tatsächlich dann herrichte. Mit welchen Materialien. Dann bauen wir die Treppe final, sodass wir das auch mit der Tür bedienen können. Ordentlich. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Da ist die Wasserquelle und die Truhe. Siehst du? Kaum ist Hell, sehe ich es. Nimm aber mal deinen Bogen. Ja, freu dich. Ist die nicht geil? Zwei, vier. Nee, also eins, vier. So. Ich muss noch mal die Maus belegen. Bin ich noch nicht dazugekommen? Vielleicht zwei Maus. Wohl, wir haben ja auch jetzt mehr Herzländer als vorher, kann das sein. Bestimmt sogar. Gibt es da einen Aufgang zur Quelle? Oder muss ich da jetzt erst alles wieder... Nee, wir haben ja... Also Erde habe ich genug. Sehe ich gerade. Ich glaube, die kriege ich doch von hier schon. Hier ist wieder so eine Glitzerkugel. Ich bin natürlich wieder ranvoll. Die Möhre, wie ich sie mit mir rumschleife, statt dass ich sie einfach mal eingesetzt hätte bis jetzt. Hier, pass mal auf. Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt gehen wir hierher. Dann hauen wir uns den Pilz. So, jetzt habe ich ihn da runter gesetzt. Alles klar, Hauptsache ich habe die Kugel. So, was wollte ich hier? Die schönen Steine holen. Da suchen wir uns jetzt eine schöne Stelle. Das sind die Groben. Und zwischen den Groben sind die schönen. Bau ich jetzt ab. Was klebt denn da rechts? Das ist doch ein NPC, oder? Hiya, guck mal. Ulf. Der Weg ist das Ziel. Servus, Ulf. Ich habe große Schätze unter den Trümmern gefunden. Alles klar, ciao, Ulf. Von welchen Trümmern redest du? Hier, von diesen, wo du stehst. Keine Ahnung, ich habe ja eine Aufgabe. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Stein. Hey, komm, vielleicht kriegen wir die Tür noch zusammengeschwingt. Zumindest das Eingram. Das wäre natürlich schon irre. Ah, ich wollte... Schleifen. Ich habe immer Angst, die wird zwar rot. Aber ich habe Angst, wenn man dann weiter hämmert. Wenn man mal darauf achtet, dass es sich dann aufzehrt. So, drüber hin, drüber her. Ist gut, dass mal zu wissen, dass da ein NPC noch steht. Den hätte ich ja nie gesehen. So, komm. Ja, jetzt machen wir das noch fertig. Also kann man sich echt verweilen. Wie gesagt, ich spiele das ja nur hier in der Zeit, die ich auf Film. Ich habe also keine... Ist das Marmor eigentlich? Das ist ein anderer Stein. Das ist eine andere Steinsorte. Da muss das hier in den Müll dafür. Hoher Marmorblock. Haut es mich um. Jetzt haben wir schon Marmor gefunden. Jetzt habe ich natürlich schon wieder volle Ideen. Das hört nie auf, oder? Und wir sind noch nicht mal richtig tief drin in dem Spiel. Wir krebsen am Anfang rum und haben schon einen Haufen Fun. Also ich zumindest. So, komm, wir nehmen ein bisschen Marmor noch mit. Da fällt mir bestimmt früh was ein, was ich damit machen kann. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Alter, wunderschöne Marmorblöcke. Wo kann man die verwerten? Ich glaube, da werde ich im Keller gucken. Ich habe übrigens gerade so in mir drin beschlossen, dass man tatsächlich im Keller... Dass man tatsächlich im Keller alle Geräte stellt und so. Dass wir oben wirklich nur Housing machen. Also im Prinzip halt die Sachen, die wir finden, da aufhängen, bauen und so. Und alles, was funktionell ist, um uns verstärken und verbessern können, hauen wir in den Keller runter. So, jetzt müssen wir aber doch schon langsam Schluss machen. Ich rahme jetzt die Tür noch mit euch zusammen ein. Und alles weitere beim nächsten Mal dann. So, komm. Beim nächsten Mal schauen wir auch mit dem Krieger mal weiter. Ich will denen zumindest einmal dieses Set anziehen. Und mal so zwei, drei Feinde machen. Und gucken, wie der sich so anfühlt dann. Hier, so Stopp, sechs. Wie setzt man die? Setzen wir die? Also, kann ich eh nicht entscheiden. Aber ich nehme die Pfeilfunktion. So, machen wir mal hier so. Ist nicht ganz gleich, ne? Hier haben wir vier, da haben wir zwei. Scheiße. Das geht aber nicht anders. Hätte ich das komplette Haus anders bauen müssen, glaube ich. Ah, halte mal. Ich habe ja den Ding auch noch nicht versetzt hier. Der muss ja weiter rein. Der muss ja weiter rein. Dann geht es aber doch, ne? Weil das hier, das können wir, glaube ich, auch gleich mal abbauen. Den hier. Weil der Stamm, das habe ich ja gesagt, das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Dann sitzt das gerade. Der linke Stamm muss ja noch rüber, dass es auch links so raus ärgert. Super. Alles klar. Alles klar. Gefällt mir. Machen wir hier mal bub, bub. Bub, 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 bub. Ne, das wollte ich nicht. Das kommt, wenn man dann bub, bubbar. Aber wir haben keine Steine mehr außer denen. Ja, aber guck mal. Jetzt haben wir das Ding schon fast zu, ne? Hinten lasse ich es wahrscheinlich auf. Nicht zur Terrasse hin. Alles klar. Guck. So wird es dann. Dann kommen wir hier hin, so bau und tschak, hinein. Ja, es wird schon ein bisschen dunkel, also ein paar Lichter müssen wir noch setzen. Ist aber nicht das Problem. Alles klar, bis zum nächsten Mal.